Also, dieses Wasser ist ausgezeichnet. Darf ich? Bitte. Unser Koch, Saguier, hat ein ganz besonderes Menü für den heutigen Abend zusammengestellt. Dankeschön. Mh, Lapskaus, danach strammer Max, und dann Kassler mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Und davor Hühnersuppe und Fleischsalat. Und als Nachtisch rote Grütze mit Vanillesoße. Mh, sehr lecker. Aber das darf ich doch eigentlich alles gar nicht mehr essen. Aber Xavier hat extra alle Rezepte abgewandelt. Ganz cholesterinarm und gesund. Ach, damit rettest du mir das Leben. Der Krankenhausfraß ist wirklich grauenhaft. Purer Eigennutz. Prennungs, südermat. Prennungs. 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 Untertitelung des ZDF, 2020